Jetzt sehen wir noch das extreme Verbundbrett, das President Rio von Lesley. Also das ist von den Videos her extrem, aber dann hoffen wir mal, dass es auch durchläuft. 1,5 Kilo NEM und das Teil insgesamt mal 7,80 Euro für das Teil lohnt. 1,5 Kilo NEM. Sehr geil. 2,5 Kilo NEM. Auch die Ausbreitung richtig heftig. 1,5 Kilo NEM. Sehr geil. Ganz nette Investition für 90 Euro.